und schluss mit lustig hören wir mal auf mit dem ganzen bullshit und nehmen die fakten die wir haben und untersuchen die und bei meiner untersuchung der fundstücke bediene ich mich nicht der methode der drei fragezeichen sondern der methode der vier w's die da wären wer oder was war wo und wann auf dieser spuren suche beginnen natürlich ganz vorne mit den ersten indizien und den ersten fakten folge ich der spur bis hin zu den zweiten indizien und fakten bis ich dann schließlich zum ziel komme also fangen auch wir an und zwar ganz vorne beim punkt nummer eins die fundstücke oder auch screenshots bei diesen screenshots sah man ja den lord wie er mehr als nur flirtete mit der blauen dame das ganze fand wo statt auf facebook und um noch genauer zu sein in der gruppe imperial bitches und das ganze fand wann statt zwischen dem 26 2 2012 und dem 21 dritten 2012 nun 2013 tauchte dann das erste video auf und zwar am 14 2 2013 dieses video berichtete über diese gruppe und was dort vor sich ging auch am 14 2 kam dann die erste stellungnahme in form einer pn diese werde ich natürlich nicht zeigen aber ich kann ja mal frei zitieren oder wie es in den medien heißt aus dem gedächtnis sprechen in dieser pn heißt es dass der lord die gruppe nicht gegründet hätte sondern wurde dort nur eingeladen und war dann teil der illustren runde und hätte nach seinem beitritt in die gruppe nach circa zwei wochen wenn ich mich recht erinnere festgestellt dass in dieser gruppe eine junge dame wäre die unter 14 jahre alt war und jetzt natürlich nur wenn ich mich recht erinnere möchte er nicht mehr das videos darüber gemacht werden unter anderem auch um die damen zu schützen und das war ja nur ein fehler und so weiter zurück zu den fakten nämlich den screenshots auf den screenshots deutlich zu sehen ein mitglied der gruppe das sich selbst nach nennen wir es mal den lord nennt und sein gegenüber anhand der screenshots sehr leicht auszufinden jasmine peerless zurück zu meiner methode von schritt eins zu zwei das führt uns zu den fundstücken internet im netz sehr einfach zu finden wenn man jasmine peerless eingibt ist ein film und dieser film trägt den titel anti akta demo ein wirklich epischer tag dieser film ist von wer hätte es gedacht der blauen dame und das veröffentlichungsdatum dieses films ist der zwölfte zweiter 2012 und es zeigt unter anderem den lord untersuchung von stücke und aussagen die vom lord getroffenen aussagen dass er erst zwei wochen nachdem er der gruppe beigetreten sei gemerkt habe dass dort eine dame ist die unter 14 sei können ohne probleme mehr als angezweifelt werden wenn man nämlich vorher zusammen mit jemanden auf einer demo ist mit dieser person den tag verbringt zusammen essen geht und dann auch noch den abend zusammen verbringt dann kennt man die person und weiß bestimmt oder sogar garantiert auch wie alt der andere ist somit passen dann die aussagen vom lord auch formal und inhaltlich kein stück zu dem inhalt des videos untersuchung zusammenfassung es wird nicht die wahrheit gesagt vom lord fazit der ganzen geschichte lord jetzt sind sie dran was ist da genau passiert scherlock holmes alias die stimmen aus dem off schließt damit seine beweisaufnahme ab und verabschiedet sich bis zum nächsten video wenn wir untersuchen werden wie große youtuber sowohl ihren einfluss als auch mieseste methoden benutzen um andere youtuber von videos abzuhalten na dann tschüssi schützen ich wir